so hallo herzlich willkommen heute mit der runde escape from tarkov ich bin gerade auf dem weg in die factory relativ gut equippt packer kieferhelm ak74u mit ein paar gadgets 60 magazin normal gehe ich in factory nicht so gut equipped rein aber ich habe mir jetzt gedacht so ich war gerade drin mit so einer kette und ein bisschen soft armor ein bisschen einfach ein bisschen ja einfach mal in factory reingehen und dann waren zwei so vollequipte da wo ich mir gedacht habe und den einen habe ich noch tot gekriegt der andere oder die anderen haben dann mich tot gekriegt und es hat mich dann irgendwie genervt weil ich das gefühl wenn ich vollequipte reingehe kommen nur so axt runner und wenn ich dann mit wenig equipt reingehe kommen die vollequipten sich dann nicht tot krieg weil ich halt nicht vollequipten könnte man die kommentare schreiben ob das auch so empfindet wird mich auf jeden fall mal interessieren ich hatte so echt das gefühl so dass es so dann gucken wir mal ob wir hier was abkriegen nummero 1 38 minuten was ich auch als ich finde ist es ist mir aufgefallen hier gerade in der tür deswegen ist mir gerade eingefallen es ist nicht möglichen aufschließvorgang abzubrechen sie gar nichts drin jetzt das würde ich mir ehrlich gesagt noch wünschen dass man quasi den aufschließvorgang abbrechen kann holi oh ja da kommt der clicker ist gibt es nicht das ist typisch direkt bein weg das ist das ist halt ich weiß nicht ob sie die bots wieder stärke gemacht haben aber manchmal geben die einfach so one click haben unglaublich unglaublich ist es und immer das bein gut glaube ich nicht weil ich hier nicht gepanzert bin wieder ein bisschen hochhellen die schlüssel haben wahrscheinlich nicht nein lebt jetzt noch unglaublich Hier ist er! Hier ist er! Hier eingekesselt. Wahrscheinlich war er das, Leute. So. Arm auch noch weg. Scheiße. Schnell, 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 schnell. Holy fucking shit. Holy fucking shit. Holy fucking shit. Holy fucking shit. Oh mein Gott. Holy shit. Oh mein Gott. Holy shit. Ich wollte gerade sagen, Gott segne den Factory Key. Alter Verwalter, Mann. Das ist Tarkov. Holy shit. Fuck. Gebt einen Daumen hoch, wenn ihr mit mir fühlt. Hammer. Hammer Run. Ohne Witz, Mann. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 1 2 3